Hallo, hier ist Kondalaccia. Ich habe ein bisschen geschnuppert, wie das so alleine ist. Ziemlich schwierig. Also nicht so ziemlich, echt schwierig. Mal schauen, ich versuche die Stäbe zusammenzubauen. Wahrscheinlich Lila schaffe ich nicht. Weil dort beim Abspringen... ...vom Panzer habe ich überhaupt nicht im Griff. Ich habe noch nie ausprobiert... ...den Ablauf... ...den Absprung... ...vom... ...wie weiss das Ding wieder? ...vom Panzer... ...zur Kirche habe ich noch nie ausprobiert. Mal schauen... ...die andere Sprünge kann ich auch nicht. Das kommt einfach mit Zufall. Ich habe es mal... ...geschafft... ...kommt nichts. Keine Punkte. Ähm... ...soll ich die alle anstellen? Äh... Zuerst brauche ich schon einen Jogger für mich. Für mich ist Chagritschagra... ...zuerst. Okay, was haben wir hier? Oh mein Gott... ...im Himmel, ey... Oh, gerade so. Keine Ahnung wie... ...aber wir haben alle neue Munition bekommen. Oh mein Gott, ey... ...also manchmal... ...ich weiss nicht, was die da für gefrisse haben. Aber die sind saumässig hart. Also man merkt schon, äh... ...wegen Zombieschild und so... ...also mir kommt schon so vor, als... ...wären die viel harter. So... ...okay, hier geht es nicht mehr. Ich gehe mal raus. Jetzt muss ich einfach ein bisschen hitzen. Aber ich möchte was hier noch finden. Aber es ist nicht hier. Gut. Okay. Gut. Dann gehe ich hier, äh... ...die CD holen. Ich hoffe, ich finde alle CDs. Das sollte ich. Ich habe das tausendmal gefragt. Hier oben ist auch kein Zombieschild-Teilchen. Sofortsieg! Sofortsieg! Ich kenne nichts! Sofortsieg! Ein Tier! Wir seid nichts! Habt ihr gehört! Wow! Ich muss auch pannen. Jääää... Ja, wenn ich ja schon das Glück habe... ...warum nicht, oder? Wenn die ja schon nicht sehen... ...was soll ich... ...da noch lange herum... ...blabern... ...so... ...hey! Aber sonst geht's! Vorsicht! Der Roboter nähert sich! Ah, er hat's auf der anderen Seite, hm? Ja, er hat's auf der anderen Seite. Ich muss ja... ...die... ...schitterbasen haben. Remington! Okay! Hier ist es! Ich will sicher etwas anfangen! Jaaa... Ja komm, ich geh schon rauf! Ist egal! Oh! Ich bin pleiterisch! Oh! 50 Punkte! Wo ist er? Ja man, hey! Sonst geht's! Ja, ich geh rauf! Mir gefällt's dort oben besser! Gut, ich könnte auch da ein bisschen noch halten! Mal schauen! 15... Ich komme durch, das ist schon klar! Aber eben, die Schatte ist schon verrückt! Man bekommt überhaupt keine Punkte mit den Schottis! Ah, da sind's! Ah, ich geh lieber raus! Ich will nicht einen Blödsinn machen! Ah, da ist es nicht! Muss mal schauen gehen! Bremst nicht! Okay... Hier ist das andere Stück! Da bin ich froh! Das letzte Stück... ... bin ich mir nicht sicher! Oh, Moment! Habt euch mit dem falschen Mariner gelegt! Ah nein! Gott sei Dank! Geh ich nicht da unten! Okay, hier ist es auch nicht! Schwarze CD! Schwarze CD! Wo bist du? Könnt ihr mich hören? Oh, hör auf! Bitte, hör auf! Ich bin hier gefangen! Ich bin hier gefangen! Es herumgelaber, hey! Was? Hat hier jemand gerade an keines Mädchen gehört? Ja, ich schon! Oh, was ist das? Ah, Bombe! Habe ich da was Schönes? Blut, Geld! Oh, zweimal! Oh! Wow! Oh! Maximale Munition! Dann versuch's doch! Heee, es geht nicht! Doppelte Punkte! Ja, der letzte! Nein, 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 nein! 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 Sehr schön! Ja, sie hat es parkiert! So! Ist das eine Art Tour der Siegdreffs? Okay, ich brauche noch was! Ja, hier ist sie! Oh, nein, 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 nein... Irgendwann kommt dann noch der andere... Oh, oh! Oh, oh! Mein, oh, mein, oh, mein! Eben, die schlagen noch einem ohne Kopf, oder? Die sind sicher nicht ganz dicht, oder? Ja, nein, ehrlich. Okay, das andere ist dort oben. Oh, ja, das könnte ich gebrauchen. Nein, ich mache gleich das andere dort hinten. Das ist doch eine gute Idee. Komm, mach auf, mach auf, schnell. Gut, da muss ich das nehmen. Hier ist auch noch was. So, so kann ich schneller rennen. Ups. Ich fühle mich kaum stärker. Wahrscheinlich, weil ich so stark und muskulös bin. So, muskulös bin. Ja, du bist ein geiler muskulöser Mann, hey. Okay, äh, jetzt haben wir das dritte nicht. Ist beim Jager. Es gibt einen Weg, das Tor zu öffnen. Mein Vater war so und wird dran. Er sagte, man muss die Schritte befolgen. Oh, ja. Mal schauen. Ja, er ist da. Er hat es hier. Ja, ich schaffe es nicht. Also auf dieser anderen Seite hat er es, hey. Okay, muss ich es mir merken. gut. Okay. Muss Cook machen gehen. Ja, hab ich auch gemerkt. Geh weg. Ich lacht, wie das hier ausgeht. Na, ehrlich. Sollst du Gas geben auf einmal, ohne zu fragen? Ich bin leer geschaffen. Okay, jetzt geben wir... 5000 ist nicht schlecht. Jetzt kommt dann bald das andere Viech da. Eben hier rüber springen. Das ist noch... Schwierig. Schwierig. Oh, wow, hey. Die brauchen ja, hey. Okay. Oh, es ist unterbrochen. Beis ruhig. Äh, warte mal. Okay. Hier ist es nicht. Wo kann es sein? Arthma. Oh, gleich so, hey. Ich mache gleich so. Es kann hier unten sein. Habe ich gelernt. Durchgänge, die durch die Lieder der Alten geöffnet werden. Oder nicht. Nutze die Elemente. Nur mit Hilfe aller kann Agatha erreicht werden. Jetzt bin ich überlebend. Oh, oh. Oh, hier ist es. Ich muss diese Teile irgendwo zusammensetzen. Allerdings. Ja, 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 ja. Alles klar. Ähm. Beim Jogger. Ich mache immer beim Jogger. Ich habe es immer beim Jogger gehabt. Hab dich ja getroffen. Äh, das schwarze Musikteil noch. Muss ich dann haben. Zuerst mal das Schild. Ja, der andere wird kommen jetzt. Sechs, sieben. Das kleine Monster, oder? Äh, jetzt was muss ich noch haben? Das Feuer. Feuer. Wo ist Feuer CD wieder? Wo ist Feuer CD wieder? Ah, bei der Kirche. Genau. Bei der Kirche. Ich kann rein. Gehe mal zu der Kirche. Das habe ich aber sonst überhaupt nichts. Ich muss dort noch das Sechste anstellen. Ja, das sollte reichen, oder? Oh. Mal schauen. Mal schauen. Hier ist nichts. Komm. Die CD. Hier. Das ist eines der Leader. Es muss einfach. Ja, ja. Vor allem ich mit Ballista. Schon gut. Easy Mode, oder? Die Scheisskerle. Die Scheisskerle scheinen aus dem Nichts aufzutauchen. Ja, ja. Ich weiss. Ich weiss. Beruhige dich heute. Wow. 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 Ich versuche mich zu erinnern. Ich bekomme mich. Ah, Munition. Ja, bräuchte ich nicht mal. Sie könnten mich befreien. Ja, nur. Ihr könnt das Tor nach Agatha öffnen. Oh Mann, halt die Klappe. Halt durch, Kleiner. Ah. Jetzt hier kommt niemand. Hier. Warte mal, wo hat er? Nein, hier hat er nicht. Weiter kommt hierher. Hier hat er. Schnell. Schnell. Ha. Geschafft. In der Mitte habe ich ihn jetzt. In der Mitte. Der scheint auf Autopilot gelaufen zu sein. Okay, Wind. Odin. Der ist in der Mitte. Jetzt muss ich den noch beim Speed. Cola. Oh mein Gott, sonst geht's. Immerhin bin ich noch einmal. Und der andere. Spicola und der andere bei der Kirche. Muss nur schauen. Ups. Welche. Du ey. Kommen die auch irgendwann mal? Ist das der letzte? Die kommen lange nicht mehr. Vier. Vier. Genau. Ah, nicht ganz. Vier tausend. Ja, jetzt kommt er. Jede Witte. Der kommt. Es macht. Iiii. Der. Arsch. Kommt. Kommt er. Ja genau. Ist der hinter mir oder vor mir? Wo ist der? Hinter mir. Ja. Jetzt kommen die gleich. Ja. Wohin soll ich? Scheisse. Du könntest uns sagen müssen, dass sie gepanzert sind. Richthofen. Mal schauen. Ich habe hier noch ein bisschen Freizeit. Hier. Ja. Ja. Oh. Ich muss es pressieren. Ich muss es präsieren. Ich muss es hitzen. Ja, vielleicht nimmt er das Zeug gleich... Oh, gleich zwei! Sonst geht's! Ja, ist zu langsam. Ja, ich muss weg. So, mal ein bisschen weniger. Ich rede wie ein Hase. Mein Name ist Hase. Oh, shit, der Besse. Schade. Was ist das? Oh nein, 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 nein. Treff, was das Zeug hält. Komm, mach, mach, mach! Das ist wie Insekten zerquetscht. Man muss einfach immer in Bewegung beeilen. Oh, die kommen nicht so früh. Spring! Ja, der kommt noch nicht. Spring, Baby, spring! Der in der Mitte habe ich bekommen. Der in der Mitte, den habe ich bekommen. Okay, jetzt mal schauen, ob er drunter geht. Der kleine Roboter. Nein, ja, ja, nein, nein, nein. Komm! TACCH! Nein, lebt er noch? Nein, unmöglich, oder? Der Saubueb! Ist ja wirklich ein Saubueb! Saubuebel! Wie kann das am Leben sein? Ah, weiss er auch nicht. Ja, ich hätte es holen können, aber lassen wir mal das in Ruhe. Jetzt halten wir es ja, oder? Oh! Hilf mir, Dempsey! Ich bin gefangen! Du musst mich befreien! Bitte! Da ist sie. Kannst du mich hören, keiner? Wo steckst du? Immer weiter die Bisse platt machen! Ich will wissen, was passiert! So! Gut, gut! Okay, 8000! Was brauche ich noch? War ich schon hier drin? Nein, Jogger, oder? Kirche! Genau, super! Das Dussel, ey! Das Dussel, ey! Okay, jetzt noch der beim Speed holen! Den muss ich noch runter! Komm, steh auf! Immerhin bin ich noch an einem Stück! Komm! Ja, ja! Jetzt hören wir mal, ist der schon kaputt, hey! Nein, geht noch, hey! Oder ganz unten! Ich könnte auch schon fahren! Ich hätte schon fahren können, aber... Äh... Keine Ahnung, ob das geht! Äh, was wollte ich jetzt? Ja, eben auf dem anderen da warten! Das ist aber nicht hier! Ja, um das zu holen... Wer weiss, wie... Ja, das ist schon ziemlich zur Sau! Hey Mann, ob es uns geht's? Oh, endlich! Oh, endlich! Oh! Ja, 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 ja... Ist ja alles gut! Der ist in der Mitte! Scheisse! Der ist von der Mitte... Da kommt es darauf an... Entweder hier... Oder wo stellt er noch seine Füsse an? Da bin ich jetzt nicht sicher... Äh, vorne, glaube ich... Warte mal, wenn ich dann renne... Nein, ich muss weiter vorne gehen! Ja, ja, ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich muss weiter nach vorne gehen! Dort, wo ich anfange! Wo ist denn das? Warte mal! Äh... Wo ist jetzt das wieder? Ja, auf dieser Seite, oder? Ist das näher? Oder weiter weg? Das weiss ich eben nicht... Ah, dort ist das Flugi! Ja, so... Ja, genau! Destrissen sie mich nicht! So... Okay... ...muss du genauso riechen wie sie! Katze an der Oberfläche! Lege die Scheine des Eisstabes frei! Eisstabes frei... ...blablabla... 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 ...ja... Der Verrückt auch... ...einfach so... ...ohne mich zu fragen... ...der ist der Letzte! Ja, bis der kommt, hey! Warte, ich muss mal überlegen! Sein linker Fuss kommt hier runter... ...und sein rechter Fuss kommt... ...bem Speed Cola runter... ...so... ...so weit ich es geschnallt habe... ...ist das so, oder? Das ist auf der anderen Seite! Genau, genau! Jetzt habe ich's! Wieso kommt der nicht? Ja, komm, hey! Mach noch ne Runde! So! Komm, gib mir was Anständiges! Komm, gib mir! Nein! Das Ding hat eine Waffe ausgespuckt! Ähm... Ja, so ist gut! Das gefällt mir! Ja! So! Machen wir los! Das Ding hat weiter, hey! Ah, das ist jetzt schade! Was habe ich denn alles noch nicht? Eben die drei mit dem Panzer! Was? Generator 3! Was? Generator 3! Zombie-Blut! Das ist wie Tarnung! Sie können einen nicht mehr so gut sehen! Senk, Dempsey! Der Soldat, der keine Furcht kennt! Komm, spring! Dunkle Tage brechen heran, Dempsey! Die Arbeiten des Doktors bedrohen die Zukunft der gesamten Welt! Maximale Munition! Weg! Hast die Kraft, das zu verhindern! Wow! Jetzt hab ich Schwein! Wow! Jetzt hab ich Schwein! Hey, hab ich noch... Nein, hab ich nicht mehr! Mann, bin ich dumm! Uh, nice! So viele haben es bereits versucht! So viele sind gescheitert! So viele sind gescheitert! So viele sind gescheitert! Huh! Ah, warte mal! Ich brauche unbedingt... Aus dieser Explosion entkommt niemand! Oh, jetzt kommt er! Ah, ich muss weg! Hoffentlich gibt mir jemand rückenden Deckung! Geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg! Geht's? Ja, es geht! Das ist ein Teil eines Stabs! Genau! Brauche ich nur noch einen! Wie gefällt dir das? Das ist der Letzte! Die Letzten! Ah, was mache ich jetzt? Ja, mal... Uh! Ich glaube, die stehen nicht mehr auf! Ah ja! Sieht nicht mehr so frisch aus, hm? Warte mal! Musik-Teil! Da muss ich mal hier aufmachen! Ich denke, hier oben ist das! Dingsbums! Ich weiss nicht genau wo, äh... Mein Team hat mir dort gesagt, so ungefähr wo... Aber ich kann mir... Ah, jetzt sehe ich's! Genau! Ich habe etwas über ein anderes Lied gehört! Eines, das dir... Warte mal, was soll ich nehmen? Ich glaube, ihr habt es gefunden! So! Komm! Das wirkt etwas deplatziert in einem Kriegsgebiet! So, so! Ah ja! Ich darf nicht vergessen! Zombieschild! 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 So, das haben wir jetzt mal auf! Hey, warte, 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 warte! Okay, äh, jetzt brauche ich... Oder ich gehe ganz rüber! Weil meistens ist es hier bei der Kirche, dass man den Stein... äh... Einlösen kann! Bei Generator 1 oder 6 habe ich bemerkt! Ich habe aber sonst nirgendwo den Stein einlösen können! Keine Ahnung! Ja, den nehme ich sehr brav! Sehr brave! Schnell feuern ist immer gut! Okay, jetzt muss ich wieder zurück! Oh, ich habe immer noch nicht das genommen! Ich trotteli! Oh oh! Ah, okay! Oh man, das ist hier richtig gut, hey, das Ding! Ja, ich soll den Zombieschild da nehmen, hoi! Warum habe ich das nicht genommen, ich trottel! Gefüllt euch an die Hitze, bevor ihr in der Hölle brennt! Oh, der kommt mir nicht! Der andere ganz unten! Wann kommt der? Oder sehe ich den nur nicht? Oder was ist mit dem los? Vorsicht, der Roboter nähert sich! Echt? Den hatte ich schon, ich hatte nur der da unten noch nicht! Wieso kommt der nicht, warum? Ah, das verstehe ich jetzt nicht! Äh, was wollte ich noch? Ich habe das! Okay... Jetzt! 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 Remington! Der Roboter kommt nicht! Scheiss, Roboter! Jetzt gehe ich mit dem Panzer! Und versuche mal diesen Sprung! Ich hoffe, ich schaffe das! Ja gut, er ist zu nahe jetzt! Darüber fährt es! Ich bin mir sicher! Gut, ich könnte auch warten, oder? Logo! Oh-oh! Setzen wir das Ding in Bewegung! Ich habe genug davon! Oh, komm! Ja, wie rinnst du? Ich gehe lieber so, sonst kommt der immer wieder auf! Das kann ich nicht ausstehen! Das kann ich nicht konzentrieren! Nein! Es ist jetzt der! Ganz unten! Nein! Ehrlich! Muss das jetzt sein? Nein! Effektiv! Der ist es! Oh mein Gott! Der ist es! Auf den ich so lange gewartet hatte! Ah! Das kann doch nicht wahr sein! Ja, ja! Ja, ich habe es geschafft! Unglaublich! Uh! Ohohoho! Mann, das Arsch knapp, ey! Uh! Ich hatte nicht gedacht, dass er auch hier kommt! Ein Fragment deines Stabs! Äh... Okay... Jetzt, äh... Wo runter? Oder... Dort, wo ich... Ja genau! Die MP40 gekauft hatte! Na, da muss er sich zuerst noch abkühlen! Okay, was hole ich noch? Oh! Der ist ja schon bereit, ey! Schon ready, ey! Setzen wir das Ding in der Vega! Cooler Typ! Der geht ja ziemlich schnell! Hurtig! Also, Feuerstab habe ich schon! Jetzt muss ich nur noch den Jump schaffen, du! Ich weiss auch nicht, wie! Äh, wo ist es wieder? Ja, dort die Rampe! Und da muss man alles wieder nochmals fahren! Also, wenn ich die Rampe nicht schaffe, bin ich am Arsch! Ja! Ich habe keine Lust mehr aufbauen! Ich habe keine Lust mehr aufbauen! Ich glaube nicht, ey! Die Alten fanden einen Weg, das nicht zu überbrücken! Wow, ey! Super, ey! Gefällt mir! Klingt, als hätten wir einen weiten Weg vor uns! Kommt der andere wieder? Oh mein Gott, ey! Das war gut, ey! Okay! Okay, der andere ist schon gegangen! Mal schauen, wann er wieder kommt! Oh, nice! So, okay! Äh, das habe ich auch geschafft! Jetzt kommen nur noch die blauen! Die blauen! Noch ein Roboter eben dort hinten! Und der wieder kommt! Hoi! 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 Und kommt der wieder! Was habe ich hier? Nichts erbeult! Gut! Da kommen ja da zwei, drei Roboter! Also, zu dritt spielen wir! Und äh... Da kommt ständig dann der Roboter! Ja, ich fahre mal das Zeug runter! Komm, spring! Hm... Sieht nicht schlecht aus! Sieht wirklich nicht schlecht aus! Es sind auch alle sechs... Generatoren! Full-Dron! Ich weiss nur nicht, wo ich äh... Ja, jetzt überfahre ich ihn! Äh, ist egal! Nein! Ah, er ist hinter mir! Löst mir auf, Butterfack! Boah! Voll Rohr hier! Okay, noch in die Kirche rein, du Bootballern! Äh, warte mal! Ja! Der ist ganz unten! Hä? Ja, der ist schon wieder ganz unten! Nein! Welcher Fuss? Der Linke von ihm! Der Linke von ihm ist das! Der Linke von ihm, oder? Ah, jetzt sehe ich es nicht mehr! Ja! Äh, okay! Jetzt muss ich nur noch den Sprung schaffen! Auf die andere Seite! Bei der Kirche habe ich noch nie gemacht! Ich hoffe es geht! Vier tausend! Ja! Okay, aber da muss ich bleiben! Soweit es mir ist! Ich habe genug davon! Oh! 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 Komm rauf! Oh! Geht es noch? Irgendwo geht es dann nicht mehr! Komm fahr! Da bin ich die Rampe! Irgendwo da kann ich dann nicht mehr rauf! Darum muss man ja zweimal fahren! Wenn man hier reingegangen ist, da hat es dann so eine Rampe wo man nicht rauf kommt! Okay, jetzt muss alles gut klappen! Wieder! Darum knall ich den wahrscheinlich weg! Damit ich Zeit habe! Geh weg! Ja, okay! Mal schauen, wie geht das hier? Ja! Ich habe es geschafft! Ich glaube es nicht! Uh! Äh, muss ich wieder hier zurück? Oh, weg 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 weg! So! Oh oh! Wo? Wo kommt der runter? Ah, hinter mir! Okay! Ah! Oh! 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 Ah! Es geht wieder ganz gut! Ah! Ich bin ein Meister-System! Ja, ich muss mal schauen, was ich machen soll! Bläh! 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 Ah, das sehe ich ja nicht mal. Uh, der kommt ja. Uh, der kommt ja. Nein, ehrlich. Es ist ja unglaublich, dass der kommt. Nein, ich treffe nicht mit dem Ding. Auf den Kopf, ja ich weiss. Komm, mach mal. Rennen, rennen. Ja, Kabin. So, finito. Äh, jetzt habe ich ein bisschen übertrieben. Nutzen wir diese Patronen. Äh, ja, wo, wo sind die blauen? Dumm, dümmer, am dümmsten. Wo sind die blauen? Die muss man doch immer rausgraben, oder nicht? Oh. Was ist 5? Was ist 5? Generator 5. Was ist Generator 5? Äh, scheisse. Genator 5. Genator 5 ist doch steaming up. Ja, steaming up. Scheisse. Ich bin zu spät. Dann rennen die noch durch. Ja, ja, genau. Die machen das Zeug fertig. Ah, die Saubox. Jetzt rennen sie hier durch. Wo? Wo rennen sie? Hier. Die Bisse haben echt hart gekettet. Zum Glück haben wir das Gebiet gehalten. Ja, ja. Okay, ich muss es dann später einlösen hier. Uh, das hat ja noch viele, hey. So, ich mache es so einfach wie nur möglich für mich, oder? Ah, Loco, oder? So, okay. Oh, jetzt kommt er wieder. Mann. So, jetzt läuft er ein bisschen mehr rüber, he? Ah, okay. Kann ich gut gebrauchen. Ich denke zum Himmel. Easy peasy. Ich glaube, dass du einlösen kannst und so weiss nicht allein. Ich sehe alles, was war und alles, was noch sein wird. Befreie mich aus Agatha. Und ich werde die Geheimnisse der verborgenen Welt teilen. Du willst mir doch helfen. Oder Dämpf sie. Ja, ich muss auf den wieder warten. Kommt er nach jeder Runde, oder was? Ich gehe mal zur Kirche und dann schaue ich wieder rüber. Ich gehe wieder den Stein, oder habe ich dort zu viele Steine jetzt schon eingelöst? Ich muss einfach nach dem blauen. Ich finde nichts blau. Jetzt schneit es. Was? Soll das doch irgendwo sein? Ah, endlich. Wenn ich befreit bin, werdet ihr euch verbringen. Jetzt noch einmal. Warte mal, hier hinten hat das noch was. Was die ständig geschwafelt. Warum kann man die nicht abstellen? Wo ist jetzt das andere? Ist doch manchmal hier gewesen. Wo ist jetzt das? Ich kann nicht in dem Schlamm kommen bewegen. Ich kann nicht in dem Schlamm kommen bewegen. Aber dass das geklappt hatte mit dem Panzer. Das ist jetzt unglaublich, ey. Unglaublich. Ich glaube es nicht heute. Oh, shit. Der Bass, ey. Fast. Okay, nochmals. Ja, was kriege ich? Uh, eine Gebanschte, du. Uh, nice, Baby. Ich nehme alles. Ja. Lassen wir das. Jetzt habe ich schon den goldenen Schaufel. Uh, der Roboter kommt her. Okay. Gehen wir lieber hier entlang. Und schauen dort, dass wir den Roboter kriegen. Und dann gehen wir in die Unterwelt. Nein, wir müssen noch ein... Ein... Es schneit noch. Muss graben, muss graben. Muss graben. Ist nichts. Moment. Hier hinten hat es doch noch. Das weiss ich. Hier. Nein, ist nichts. Und hier ganz hinten. Jawohl. Es schneit nämlich noch. Maximale Munition. Ah, wenn man den goldenen Löffel hat, wollte ich jetzt schon wieder sagen. Wenn man den goldenen Schaufel hat, hat mein Team gesagt, da kann Munition kommen. Das stimmt. Da hat er recht. Okay, jetzt wenn er kommt. Kommt er jetzt? Kommt er jetzt? Da kann man nicht runter. Hier kann man runter. Aber eben, kommt er wieder? Oder muss ich wieder eine Runde machen, dass das Zeug wieder kommt? Oder was muss ich machen? Es ist ein bisschen langweilig, ohne etwas zu machen. Ja, dann... Ich muss vielleicht nochmals anfangen. Moment, hat das irgendwo... Weil es schneit noch. Ich muss graben. Unbedingt. Das ist ein bisschen langweilig. Oh, jetzt kommt er wieder. Oh, Madonna. Runter, runter. Was habe ich gesagt dort noch? Rechts oder links? Ich weiss nicht mehr. Scheisse. Shit, der Base. Warte mal, ich gebe trotzdem mal Coke. 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 Nein, shit. Es ist auf der anderen Seite. Ah. Ah, es ist links. Links von ihm, links, links, links von ihm. Uh, schön. Links von ihm, links von ihm, links von ihm, links von ihm, links von ihm. Links, links, links. Das bedeutet, Generator 2. Jetzt habe ich alle. Schneid, gegraben, saubere Ware. Ich will die Stäbe nur machen. Dann, äh, Ultimativstäbe. Keine Ahnung. Effektiv keinen blassen Schimmer von einer schwachen Ahnung. Ja, sieht gut aus. Hier kann man auch, hä? Herausforderung, Medaillen holen. Gut, mache ich hier auch noch auf. Okay, jetzt mal schauen, ob der dann wieder kommt. Da bin ich nicht Generator 2. Ja, das ist schon so. Bis ich mich ein bisschen auskenne. Ich muss Generator 2 gehen. Und das ist hier. Linker Fuss. Linker Fuss kann ich hier holen. Das ist auch das Einzige, oder? Hier drin. Ist das Einzige, wenn der kommt hier. Das weiss ich eben nicht so genau. Ah, wann kommt der? Ich habe es eben geschafft. Ich will jetzt nicht zu viel riskieren. Ich wäre froh, wenn ich das machen könnte jetzt. Oh, wohin gehe ich? Komm Baby, komm. Es wäre super, wenn du jetzt kommen würdest. Ah, jedes Mal. Ja. Hm. Gut, er ist erst gekommen. Aber ich will ihn nicht mehr verpassen. Das nervt nämlich. 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 Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Ja. Das war so unser Spruch, oder? Ah. Ja, 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 ja. Das muss ich alle machen. Komm. Mir fehlt nur noch ein Gelben. Wie gesagt. Ultimativ. Sowieso. Also Upgraden. Diese Stäbe. Keine blasse Schimmer. Äh. Windstab habe ich einmal. Äh. Vom Teammit. Gesabe bekommen. Gesiu. Gesiu konnte auch dann noch den. Ich bin jetzt nicht sicher, hat er den Eisstab fertig gemacht, oder nicht. Bin nicht sicher, aber den Feuerstab kann er mit Hand umdrehen, weil er äh. Immer der. Man kommt er nicht mehr. Wenn man hier bleibt, kommt das Ding nicht mehr. Ich müsste eben bescheissen, oder? Ich müsste die Leute von der Xbox, dass sie schon so lange das gemacht hatten, diese Videos schauen. Und das ist sehr langweilig. Ah, jetzt kommt er. Judi und Trulala. Der Kasperlis Theater. Äh, der Kasperlis wieder da. Nicht der Kasperlis Theater. Ah, hier kann man nicht durch. Oh, jetzt muss ich unbedingt. 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 Hoffentlich stimmt er noch. Stimmt er noch? Ja, er stimmt noch. Er ist mir scheissegal, wenn du zur Sau gehst. Komm, geh weg. Ah, Madonna. Coole Ware. Noch eine Runde. Ich hoffe, ich schaffe es. Wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich im Arsch. So. Dann muss ich runtergehen. Äh, diese Steine holen. Und zusammenbauen. Und dann ist das Zeug fertig. So, okay. Uh. Uh. Geht's sonst noch? Ah, nein. Warte mal. Mann, schon schnell. Mit Spidi Gonzalez an. Schon cool. So. Ich würde keinen Scheiss machen. Ich hoffe nicht. Schnellfeuer ist sowas von scheiss cool. Jetzt nehme ich den Jockeyweg. Von Xiu. Jetzt muss ich auch ein bisschen schöckeln. Warte mal. Was soll das? Ah. So. Jetzt habe ich auch ein bisschen Ruhe. Warte mal. Die Patrone kannst du behalten. Oh, Bombe. Schön. Zombieblut ist schon extrem mächtig, finde ich. Ein bisschen zu mächtig. So fatzig. So fatzig. Oh, nice. Nice, baby, nice. Äh. Ja, ich muss dann bald. Ups. Ja, der ist der letzte. Okay, dann gehe ich mal. Äh, jetzt muss ich mal schauen. Also meiner weiss ich, weil das ist mein Stab. Der Wind ist hier beim Jogger. Genau. Habe ich das noch? Oh, der ist ja voll kaputt, hey. Warte mal. Hier, hier kannst du was kaputt machen. Mach kaputt. Ja, brav, braves Kind. Brav, brav. Okay. Jetzt nervt er nur etwas, oder? Das ist ja Logo, oder? Ein bisschen Nerven ist immer gut. Ups. Nein. Nein, ey. Wenn das kleine Mädchen recht hat, machen wir das hier. Oh mein Gott, die machen mich fast kaputt, hey. So, kommt wieder rauf. So. Mann, mit Stemming up, oder Steaming up, wie man das immer wieder sagt. Da ist man schon scheissschnell, hey. So. Ohne das geht hier drauf nichts. Effektiv. Nein, da. Jetzt, ich nehme an, ich kann alles hier holen. Oder? Ups. Hoffentlich war all das wert. Äh. Nein, ich muss überall... Ja, die sind zu, man muss überall rein. Das ist schade. Okay. Und das Ding da... Äh. Rausfinden, wie das das geht. Äh. Ziemlich schwierig, hey. Also das Rätsel lösen da. Schon ein bisschen schwierig. So. Okay. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob man alles aufs Mal machen kann. Jetzt das nächste ist was? Warte mal, wo ist das nächste? Ich gehe mal hier runter, genau. Ja, der verdammte Schlamm, du sagst es. Okay, einer ist beim Anfangs... ...Raum. Da hinten, der Feuerstab, was ist denn das? Ah, schön, ja? Ah, schön, ja? Fire for days! Sollte ja gehen, oder? Warte, ich gehe mal rauf, sonst stresst er nur. Ja, ja. Ich wusste ja! Der überlebt noch, hey. Okay, der Roten, das Feuer. Huh, wo haben wir die der Roten? Wir setzen gleich wieder zusammen. Da geht es ein bisschen schneller, hey? Das nehme ich mit. Jawohl. Genau. Mach, mach, mach! Was machst du so lange? Ja, schön! Braves Kind! Ah, wie ist das Ding hier? Okay, weiter. Jetzt muss ich überlegen. Oh, wo bin ich? Okay. So stresst er nicht. Man sieht fast nichts, aber da stresst er nicht. Genau so riechen wie sie. Genau so riechen wie sie. Jawohl, du sagst. Jetzt Steaming Up hat das einen. Und bei der Kirche. Ich weiss nicht, nur nicht welcher ist welche. Da muss ich jedes Mal schauen, hey. Sonst komme ich noch was auf den Deckel über. Ah, hier ist es jetzt. Lightning. Blitzi, Blitzi. Blitzi, Blitzi. Der Blitz ist der Lila. Hey Mann, sonst geht's, hey! Hey, hey, hey! Hey, nein, nein, nein! Nein! Boah! Mein Gott, hey! Ah, warte mal. Mann, jetzt hätte es mich fast erwischt, hey. Das sollte ich vielleicht mitnehmen. Ja, sonst geht's, hey! Oh, warte mal. Ich muss eine Runde drücken, Momentchen. Oh, oh. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Ja, hoffentlich bleibt er offen. Bleibt er offen. Oh, oh. Was habe ich genommen? Blau oder schwarz oder was habe ich jetzt wieder genommen? Scheiss jetzt! Scheiss jetzt! Das muss irgendeinen Zweck haben. Oh mein Gott! Wieso passiert sowas immer mir? Wo war jetzt das wieder? Nein, nicht hier. Mann, jetzt sollte ich nur... Hey, kann ich das andere auch holen? Wo habe ich jetzt das geholt? Hier hinten, oder? Ist das wieder... Ah, das ist wieder zusammengefallen. Yeah. Da kommen jede Menge Feinde und zwar schnell! Ja, man darf nicht wecken. Ich geschnallt, ich hab geschnallt. Wo ist jetzt das Ding? Nein, ich bin voll raus. Scheiss der Bass, ey. Ich bin völlig falsch raus. Was mache ich nur? Warte, wo bin ich... Ah, Madonna Santa! Ich muss den wiederholen. Wo war ich wieder? Blitz! Steaming up! Muss ich mir merken. Steaming up! Steaming up! Steaming up! Steaming up! For days! Steaming up! Steaming up! Okay! Wuuu! Woosch! Weisst du, wie mir das egal ist, ob du Bock hast oder nicht? Was hast du predominantly verleicht? Oh-oh! Nein, 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 nein! Neiiiiiiiinnn!!! Ich hab nicht aufgepasst. Ich wollte trotterre! Nein! Oh mein Gott! Ja, nicht geschafft. So knapp im Endeffekt. Das wäre so einfach gewesen. Das gibt es das erste Mal, also wenn ihr es nochmal sehen wollt, dann schreibt ihr mir, aber es geht eine Weile bis ich da spielen kann nochmals, weil ich will natürlich auch eure Vorschläge erspielen. Ich habe hier noch Mop of the Dead, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Mop of the Dead noch. Dann ein Dyerise, dann 1, 2, 3, 4, 4 Buried, ein Transit, ein Farm und eben ein Origins. Da habe ich auch noch richtig zu tun, das gefällt. Okay, ich wünsche euch einen schönen Unschüss.